so also jetzt muss ich halt hier einmal durch rennen bis dahinten zu diesem fahrstuhl ding oder auch fahrstuhl nicht fahrstuhl ding fahrstuhl da ziehen wir einmal dran und da steht dann klettert und da versuchen wir die gescheiterte aufgabe gleich noch einmal so dann gehe ich darauf zieht das runter und springen schon mal vor das ziehen mache ich ja nur dass der fahrstuhl darunter geht dass ich den nachher nicht noch mal holen muss wenn ich das nächste mal dort hin muss so ich habe jetzt viel granaten tut mir leid ich habe jetzt hier granaten ich hoffe die reichen kann hier noch mal natürlich reingucken hierbei leider nicht das heißt leider logischerweise müsste ich eigentlich sagen weil wenn ich was brauchen ist das doch nicht da aber das sollte eigentlich das kann ich mir auch gleich ein bisschen merken hier wo wo dies gags kommt hier muss ich später dann noch mal hin und dann die anderen albinos gags vernichten so ein gegner haben wir schon mal doch mal was ist denn hier schon wieder so nächster gegner da ist natürlich blöd wenn die da oben stehen bleiben da ist noch ein bilder da muss ich halt immer aufpassen wo dieser blöde bad-ass gegner kommt dass ich nach möglichkeit vorher klapp mache bevor der sich das erste mal entwickelt ich weiß nicht wo der kommt und ich weiß auch nicht wer das ist krieger kopf weiter langes nachladen jetzt geht's los hier jetzt wird es sozusagen ernst so jetzt muss ich hier aber echt gas geben er ist schon wieder auch zur hälfte jetzt muss ich mit nützt nützt die sind natürlich extrem doof die wird das gegner die stecken einfach ein ohne ende so so mache ich glaube das ist der letzte das wird geil zumindest von hier wohin wohin dahin okay da kommt er einen klatschwert aus okay da ich schon mal hier bin nur wiki gleich mal lang und gucke mal so ein totem mit waffen hier sagen jetzt besonderes bei geld geld ein bisschen granate gut dann kann ich jetzt die aufgabe abschließen und sonst so okay ging beim zweiten versuch jetzt eigentlich ganz gut ein bisschen iridium wir sind hier durchfummeln jetzt bleibt er hier immer hängen oder wie immer bleibt er hängen passiert nämlich bei diesem dlc recht oft jetzt muss ich mir holen gibt mir bitte bordeu über bord ich brauche rüber bord so voll nur sein äh bin ich hier fast runter erfahren fast zu weit weil ich so um rauschte ich bin ich zeit los park park jetzt hoffe ich dass hier natürlich keine nervigen viecher kommen keine nervigen gegner brauche ich jetzt nicht brauche ich jetzt nicht muss man lauf mal dünn 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 da ist der fahrstuhl ich spruchte ich spruchte ich spruchte so leute ich glaube ich werde krank da fühle mich ein bisschen down aber zum zocken reicht es immer ja ansonsten hier bedanke ich mich mal bei euch war dass ihr zugeschaut habt schaltet auch beim nächsten mal wieder ein bis dann du bist du